Das wäre was für Wraith. Passt auf, es ist einfach so göttlich. Genauso ist es doch. Solos. Solos und Pink. Ich habe jetzt erst mit dem Solo-Modus gerechnet, aber das macht so keinen Sinn. Lifeline. Die chillt erstmal im Handy, ist klar. Das ist ja stark. Ey, wie frech ist das? Geil. Eine Super Mario-Schildkröte. Ah, ein Messie-Pflaster. Oh, das gute Revive-Schild. Wie geil. Und tschüss. Geil. Oh, die gute Freddy. Ja, das ist eine Mischung aus einem Solo-Spieler, der immer alles pusht und zwei T-Mails, die einfach nicht mitgehen. Das ist so geil. Solo-Limited-Time-Modus. Oh Gott, das waren Zeiten. Do you know about this? No way. Aber Ray... Das ist ja geil. Stopp. Ich muss jetzt kurz... Ich muss jetzt ganz kurz meine Kamera entweder höher stellen oder mal kurz weg machen. Denn... Seht selbst. Äh, das ist echt geil. Das ist quasi so eine Art, bevor der Solo-Modus rauskam. Wusstest du was davon? Lifeline, no way. Und zack. Das wär was für Wraith. Passt auf, es ist einfach so göttlich. Genauso ist es doch. Ich kann das benutzen. Ich kann das benutzen. Ich kann das benutzen. Das ist ja einfach zu göttlich. Noch ein Pflaster. Auf den Fäde. Äh, äh, äh. Das ist so geil. Und Lifeline ist weg. Gequittet. Das ist einfach zu geil. Oh Mann, ey. Es ist so wirklich... Es ist einfach zu geil.